hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder euer stürme ja heute habe ich für euch wieder ein neues video und zwar habe ich heute für euch die lego niago zeitschrift ausgabe 53 vom august darin enthalten war hier die lego figur kohl und hier die limitierte karte und natürlich die zeitschrift ja dann würde ich mal sagen kommt jetzt erstmal mein intro und dann geht's sofort los bis gleich so ich zeige euch erstmal hier die limmi und zwar ist es die le 4 le 4 wird richtig nice aus von hinten sieht sie so aus lego batman aquaman limited edition okay so warum habe ich die handschuhe an die meisten wissen es und zwar habe ich eine hautkrankheit falls es noch nicht jeder weiß und ich möchte das nicht so zeigen weil ich es hier auf der hand habe und hier im gesicht auch aber man sieht es jetzt nicht gerade so glaube ich aber egal ich möchte trotzdem an boxings bringen und so gehen wir mal hier auf die zeitschrift ein lego extra das wissen wir ja dass die figur von kohle und halt die limmi hier haben wir hier zwei poster drin komik und macht den test welche kraft steckt in dir die zeitschrift kostet 3 99 so dann gehen wir mal auf die erste seite hier ein bisschen weiter weg hier und figur machen wir am schluss so das lego batman magazin ist da da ist auch eine limit drin und ein booster mit fünf karten okay jetzt überall im handel so dann ist hier der inhalt drin ja wie gehabt eigentlich jede zeitschrift gleich aufgebaut so hier ist dann aufbauanleitung von kohle behämmerte linie dann haben wir hier überwinde den wasserfall dann haben wir finde den weg eigentlich fast das gleiche wie hier dass die nächste seite hier haben wir linie nonsens hier glaube ich werbung für stabilo apropos werde hier oben hier oben werde ich hashtag werbung einblenden ja dann fängt hier der comic an und jetzt hier weiter ich glaube das geht noch ein paar seiten hier ist dann mission kniffliges gelände hier geht man auch wieder hier so ein irrgarten entlang muss man ziel kommen hier unten so dann kommen wir hier schon zum ersten poster und hier ist die rückseite schon richtig nice hier ist dann der rest von einem anderen poster so hier kann man die zeitschrift abonnieren kein heft mehr heft mehr verpassen alle ausgaben ein cooles ich bin jetzt so set ich weiß ja nicht habe ich den jago fans in meiner community wenn ja dann könnte es ja mal die kommentare schreiben dann geht hier das comic weiter das geht ein paar seiten die überspringen wir mal so dann haben wir hier als fairer erklärt so mache ich die linie blatt pyro weibern drei arten feuerschlange verschollene pyramide und verbotene kräfte gehen wir mal auf die nächste was ist dein element ja also hier können wir schauen was für ein element zu dir passt dann nächste seite wir haben hier puzzle tempo trubel ja also hier sind die teile ihr müsst ihr hier oben einsetzen flotte flitzer hier auf dieser seite du willst auch ins heft na ich nicht so dann haben wir hier werbung für die nächste zeitschrift am 3 september kommen die raus dein extra pyro weiber mit feuer nunchuck dann haben wir hier spannender comic gibt es noch irgendwas hier drin mehr lego action ja hier gibt es lego jurassic world lego star wars lego ninjago comic hier steht aber nicht drin ob es noch mal ne dings gibt ne limi oder sowas so und dann gibt hier wird nochmal werbung gemacht für lego batman trading card serie die hätte ich auch gerne gesammelt batman mag ich eigentlich nur man kann ja nicht alles sammeln es gab ja auch die fortnite trading cards ja jetzt gibt es die die lego star wars trading cards und jetzt kommt auch bald irgendwann kommen die matche texas hier wird nochmal werbung gemacht für was ist das minjago spinn mir zu slam ok entdecke die welt der spinne zu spinner so das war die zeitschrift jetzt schauen wir mal hier nach dem mannequin haben die das zu ballert ich mache das jetzt einfach ich brauche die tüte nicht auf zu heben dann nehmen wir mal alles raus hier sieht man das aufpassen dass hier nichts weg rollt hier ist noch was drin will nicht so jetzt ist alles raus ich glaube ich gucke lieber nach der anleitung so hier okay haben wir erstmal hier so ein viereck dann brauchen wir hier so zwei von diesen glaube ich immer hier drauf noch so eins dann brauchen wir das runde hier kommt dann auch hier drauf dann kommen dieser würfel hier der kommt hier drauf dann kommt hier so ein kleines viereck kommt dreimal hier so an die seite eins zwei hallo fehlt da nicht nur eins okay hier ist es hat sich versteckelt drei dann kommt diese stange hier vorne drauf na zack wenn ich so so was brauchen wir noch dann müssen wir hier nochmal dann holen wir uns dieses viereck machen hier die zwei drauf zack einmal zack zweimal dann kommt hier sowas hier drauf dann kommt hier sowas hier drauf einmal einmal na bleibst du hier zack sieht aus wie ein häuschen das kommt dann hier oben drauf das kommt dann hier oben drauf sieht aus wie so ein Kanonenrohr alter Kanonenrohr so dann noch das Mannekenchen Manneken so natürlich die Füße also Beine dann der Oberkörper zack kommt hier drauf so natürlich der Kopf gibt es hier zwei verschiedene einmal dieses Gesicht und einmal dieses Gesicht wir holen das böse oder das böse Gesicht dann fehlt noch der Helm mit Helm sieht er so aus so das hier bekommt er in die Hand will nicht ja Wolski ein bisschen höher noch jetzt hat das wieder losgelassen zack das war die Ausgabe August ich denke ich werde mir die nächste auch holen vielleicht so hier ist nochmal die Limi dann würde ich sagen falls euch dieses Video gefallen hat lasst alle mal ein Like da bis der Button blau ist und falls du noch kein Abonnent bist und mein Kanal dir gefällt dann lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke ja dann würde ich sagen bis zum nächsten Video und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal Vielen Dank.